Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge The Binding of the Greed Pantons. Heute geht es rein in den Isaac-Aal und wir tun Dinge. Ich habe keine Lust auf Maggie, deswegen werde ich Maggie erstmal nicht machen. Aber was können wir machen? Ja, was können wir denn machen? Wir schalten Tainted Can frei. Das sollte kein Problem für uns sein. Das ist doch richtig, ne? Ja, gut. Ja, moin. Das finde ich sehr gut. Das finde ich äußerst, äußerst überragend geradezu. Machen wir mal den. Und machen den. Und wir können ja, oh stimmt, der hat ja auch, oh mein Gott. Machen wir merkwürdige Dinge? Hm. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja. Baby. Ja, mir geht's gut. Der hat ja. zufrieden. Ich bin selber nicht bestattet. Nein. Jetzt wird's lächerlich hier. So, jetzt aber. Geht doch. Mann, 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 Mann. Muss man denn alles selber machen hier? Was haben wir denn? Okay, krass. Ist es hier? Ich weiß es nicht. Verblüffend. Naja. Oder gehen wir doch auf? Keine Ahnung, wir gehen rein. Wir gehen wine in the hall. Lass uns mal lo- Ey, 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 ey. Hüpft mir nicht so nah auf die Pelle. Bin ich kein großer Fan von. Nein, nicht ihr. Au. Au. Der wurde ich hart in die Mangel genommen. Aber gut, ich sollte hier so, so, ausgezahnet. Mhm. Okay, das ist eigentlich physikalisch unmöglich gewesen, aber ich konnte ausweichen. Wie auch immer. Das ist nicht wahr, oder? Gebt mir bitte eine Münze, bitte, bitte, bitte. Die Lümmels. Die Lümmels. Ich war dern. Ja. Und dann wieder ein Und dann wieder ein. Und dann wieder ein. Raum keine Münze, das wäre frech gewesen. Schwang, schwang. So, warten kurz, rein da. Danke sehr. Ja, und goldene. Okay, das war ziemlich schlecht. Okay. Ha, du Humpen. Ich habe mich immer noch nicht entschieden, ob ich jetzt Devil Deals mitnehmen oder nicht. Anscheinend nicht. Ich habe mich immer noch nicht entschieden. Au, Nimmel. Gehen sie weg. Oh mein Gott. Alles cool, alles cool. Ey. Gut, 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 gut. Easy. Easy. Ich mache mal so, ganz vorsichtig, so und so. Oh. Hey. Komm, gehen wir direkt mal rein. Zack, zapp, zapp, zapp. Wow. Das ist, das läuft ganz gut. Gut, ich könnte noch an meinem Aim ein bisschen feilen mit der, mit dem Ding hier. Aber sonst, okay. Ja, ich könnte, ich könnte sehr stark daran feilen. So. So. P. Oh. P. H. Stüssel. Jetzt ein, zwei Bomben, ne? Das ist keine Bombe. Ja, gut, dann... Machen wir das erstmal so. Genau. Holen uns... Paperclip ist es, glaube ich. Paperclip, Master of Lockpicking. Zuh-Zuh-Zuh-Zuh-Zuh-Vaita-Ged-Es. Ow. Alrighty PhD brauche ich gar nicht Ich bin auch so gut Nett Ach ja Komm mal her Okay, sollte ich jetzt Dr. Fetus bekommen Dann werde ich es auch mitnehmen Oh, na, da habe ich Bin ich abgerutscht Ich brauche mehr Grip Warum? Ach, warum denn Das hätte Ich dachte, wir werden Freunde Ich kriege noch einen Goldraum Hmm Daumen hoch. Oh. Verdammig. Oh. Oh. Es war wirklich da, wo ich es vermutet habe. Naja. Ähm. Was spiele ich denn gerade für ein Mumpitz hier zusammen? Ja, noch mehr Schlüssel. Warum auch nicht? Oh. 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 No. Ich glaube, soll ich jetzt Soul-Hals bekommen, lasse ich die einfach liegen. und ich versuche dann ein Angel-Deal da rauszuschlagen. Okay, Blue Candle ist auch... Da hat die schon bessere Rans mit ihm. Mit dem, mit was auch immer. Ui, 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 ui. Das war ja schon fast gefähr... Uuuuuh. Wow. Den D6, den nehme ich mit. Ha, ich bin dumm. Lol. Ich sehe doch, wo die... Ich habe gerade keine Ahnung, was ich hier zusammen mache. Echt, das ist doch Müll. Wie viel ist das, was ich hier... Also... So. Langsam an. Konzentration. Oui. Was ist das? Nein. So. Ja. Gut. Weiter. Konzentration. Das ist gut. Komm her. Komm. Das ist nicht gut. Okay, ich werde... Ich werde was ausprobieren. Pew, pew, pew. Pew, 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 pew. You. Ich bin so dumm. Wie komme ich denn da drauf, dass ich eine goldene Bombe habe? Ich bin so dumm. Hm. Hm. Nein. Ich hätte ja... Oh nein. Oh nein. Oh nein. Uh. Ich bin kurz vorm Ziel. 1.15 Uhr noch. So. Jetzt geht's rein. Konzentration. Okay. Okay, 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 okay. Ganz doll Konzentration. Vielleicht ist hier noch irgendwas cooles drin. Nein. Oh. Kulisch. Kulisch. Ha. Bin ich gut oder bin ich gut? Ja, okay, brauchen wir nicht drüber. Es war nicht gut. Aber... Ja. Oh. Temperance. Wait a minute. Temperance. Das ist gut. Wait a minute. Nein. Du vermilken Clown. Ich mag dich nicht. Auf vielen Ebenen mag ich dich nicht. Das sind Poison Tears. Das nehme ich mit. So und jetzt geht es los. Jetzt ist Kopf ist an. So und jetzt geht es los. Ja, ja, ja. Jetzt, jetzt ist wirklich, jetzt ist, jetzt ist Braintime. Komm, 48 Hours Energy. Fast. Eeeeh, mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, schade. Auch nur noch 4. Hm. Ach. Das ist doch ein Witz. So. Pass auf, das wird wild. Das wird wild. Es gibt nur ein Item, was jetzt richtig ist. Das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Witz. Passt auf. So. Jetzt gehen wir zu marmen. Dann gucken wir mal, ob wir einen Angel-Deal bekommen. Wenn wir keinen Angel-Deal bekommen, gehen wir ja gleich sowieso zurück in... Ne? Mutter. Lass uns doch mal hier ein bisschen talken. Wie geht's dir? Wie geht's vatern? Meldet euch... Ihr meldet euch ja gar nicht mehr, ne? Ne. Ups. Devil-Deal. Ja, du kannst mich mal spielen. Du kannst mich mal kreuzweise. Kreuzweise kannst du mich. Ne. Interessiert mich nicht. Saubub. Nein, nein, nein. Das Schöne ist, auf jeden Fall, ich kann... Ähm, pass auf. Zeige ich euch gleich. Das ist insane. Das ist jetzt wirklich... Also, als erstes nehme ich mal... Ja. So. Dann nehmen wir Diplopsen. Warum auch immer. Oh ja, ich habe ja einen Rucksack. Geile... Nochmal. Tears up. Okay. Warte mal, wenn ich das hier mache. Das ist völlig Banane. Also, das ist... Äh, aber... Passt auf, Leute. Ich bin noch nie am Ende. Nance Abit habe ich dabei. Gut, 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 gut. Achso. Okay. Komm, mach mir mal den. Das wollte ich so gar nicht, aber... Mist. Aber ja, jetzt... Äh, I remember. Ich war da noch nicht drin. So. So. Was ist da los? Was ist da los? Ist es gut oder ist es gut? Aber ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Ja. Ja. Okay. 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 Wir sind ja auch erst eine halbe Stunde drin, ne? Auch gut. Der D6. Der D6. So. Das dauert jetzt aber auch schon alles ein bisschen krass lange. Aber, okay. Wir machen noch einmal und dann, äh... Dann gucken wir mal. Okay, wir machen noch zweimal auf jeden Fall. Vielleicht ist das ja ein Speed Up. Gut. Da fällt mir gar nur was ein. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich irgendwie was kriege, was meine Stats erhöht. Also, ein zusätzliches Leben ist vollkommen cool, aber halt, äh... Also, Entschuldigung, aber... Nee. Und... Okay. Okay. Wir machen jetzt mal wieder, aber... Warum nicht? Ja, 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 ja. Es geht weiter. Wieder, wieder mit Waff. Ah ja, ah ja. Nee, wir, wir, wir schauen später rein. Ich weiß, ich bin jetzt nicht die Übermacht, aber so wie ich gespielt habe, finde ich das schon ganz gut. Also, jetzt reicht's. Gut. Also, ich muss nur ein bisschen aufpassen, ne? Hm. Wuh-hoo, da ist ja der D6, wir kommen dann in hier. Ey. Okay. 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 Sollte ich vielleicht ein bisschen vorsichtiger spielen, um vielleicht mein, um vielleicht, um, um, um mein Ziel, äh, noch hinzubekommen? Ich denke schon. Au, 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 au. Was ist das? Kannst du damit bitte aufhören? Ja. Danke. Momentchen mal. Jawohl. Prize. Um, ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Gut. Oh, das war ja super dumm und gar nicht gewollt. Okay, vielleicht sollte ich erstmal die komplette Map fertig machen. Oh, oh. Okay. Ist es hier? Nee. Okay. Okay. Das war ja super dumm. Ach, es ist egal, wo ich das mache. Ich kann das ja auch hier machen. Das sind ja beide Secret Rooms. Rooms. Ja, das fiel mir jetzt so spontan ein. Manchmal ist die Leitung zu lang. Nope. Was haben wir hier? Ja, moin. Ah, uh, hi, ha, 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 ha. Vorsichtig. Bis zum nächsten Mal. Ist noch was im Shop, was ich brauchen kann? Nee, ne? Ich habe gelogen. Jo. Ach komm, machen wir mal die 950 voll. So, schön. Gut. So, schön. Wir sind jetzt ein bisschen mies. Oh. Okay. Okay, 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 okay. Wir haben jetzt nicht Guppy bekommen, aber wir sind sehr nah dran. Nee. Dann lass uns mal. Ich werde versuchen, Tainted Can freizuschalten und dann werde ich... ...ne? Machen. Ah, Dagger. Sehr gut. Das ist auch sehr gut. Oh! Zu, zu, zu. Zu, zu, zu. Da, 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 da. Oh, hey. Okay. 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 Ich könnte mal ein paar Herzchen gebrauchen. Ernsthaft, Leute. Das ist voll das Ding. Herzchen. Ich würde das richtig Toggo finden, wenn ich jetzt nicht sterben müsste. Na, ne. Ich bin zu lang. So. Einen Raum fertig machen. Und gucken. Ja, gut. Bomben sind Bomben, ne? Der ist ja bombastisch. So, einfach durchrennen. Einfach durchrennen. Mutter, halt die Klappe. Gut, dann geh. Lief doch, Alter. Du, 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 du. Oh. Oh. Das war genauso geklappt. Das war's. Oh. Coole Nummer. Der hätte jetzt aber auch irgendwie ein Kapitalter mit drin sein dürfen. Na, also. Ich möchte jetzt niemanden irgendwie, aber... machen wir mal nicht so lange hier. Na. Wir haben eine Ewigzeit. So. Oh. Oh, ja. Du-du-du-du-du-du Du-du-du-du-du Au! Lümmel! So Du-du-du-du-du Du-du-du-du Du-du-du-du-du Du-du-du-du-du Wir sind schworen, das ist immer Digi Komm einfach... genau, einfach kaputt gehen ausgezeichnet so meine damen und herren jetzt geht es weiter und zwar werden wir mal gucken so das ist vollkommen cool so so let's go ala war ich habe einen plan leute ich habe jetzt nehmen wir uns auch mit dann machen wir mal den hier all righty all right hey oh so 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 jetzt wird's verrückt ich werde nicht mutter machen aber ich habe gehört hier gibt es dann bosse dinger gegner gegner wollte ich sagen die ich noch nicht hatte au so so das ist gut warte mal wenn ich die auslasse die items kann ich die dann auf dem rückweg sehen so jetzt ein live chat haben wir gehen rein ja und wenn ich die jetzt aus oh mein gott es wird so verrückt leute ähm ja ich werde das mal auslassen um die äh planetarium chance zu erhöhen so bitteschön dankeschön schade nichts ja ok ok so so fly me to the moon so 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 oh ich bin gespannt ob das alles so klappt wie ich mir das vorgestellt habe das wäre natürlich subi oh ich muss ja noch ich hab wo ist die weiße flamme flamme an flamme an flamme an also entschuldigung ich hab doch hier jetzt extra so dinge gemerkt so wieso bin ich jetzt gerade in der ach egal ach egal ich sollte aufpassen ich kann hier sterben ziemlich schnell oh 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 seht ihr oh oh so easy braucht man sich gar keine sorgen machen sehr gut haben wir hier was cooles gib mir das das ja und im r und ich ja du Speed. Zuh, 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 Zuh. Ey. Aber ist alles richtig, ne? Ja. Bestimmt. Lebenvoll, auch gut. Wir machen mal eben den hier und den hier. Nein. Nein. Ich bin noch nicht hundertprozentig überzeugt hier. So, jetzt, wer, wer nervt? Nächster bitte. Gut. Na ja. Na ja. Ja, das find ich gut. Da hab ich so lustige Ringe um mich rum. Ich mag das, ich mag Ringe. Tschüüüüü. Nee, wir warten. Nächste. Ja, 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 ja. Das ist, das ist Mord, glaube ich. Wir warten auf die nächste Ebene. Ja, 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 ja. Ja, bla 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 bla. Kann auch ein bisschen schneller gehen hier, ne? Alter, mit Pyromaniac ist man hier einfach... Bitte. Achso. Entschuldigung, ich wollte sie nicht ignorieren. Ich hab sie... Ihr habt sie halt nie gesehen. Hallo, hallo, hallo. Ah. Das ist beleidigend, mein Freund. Was passiert? Hm okay. so weit wollen wir nicht gehen so weit wollen wir nicht so weit wollen wir nicht so weit wollen wir nicht Ahria Kann ich überhaupt noch Schaden nehmen? Oder bin ich Gott? Untertitelung im Auftrag des ZDF Schade. Ich hab gedacht, so eine Scherriert, ähm, äh, nicht Scherriert. Wie heißt er noch? Hier. Wo man... Nee, tut mir leid, ich will walk by them. Ist klein, okay. War es auch lustig, wenn ich nochmal den Arki bekommen würde. Das ist fast stupid. Obwohl, wir nehmen ja das mit. Okay. Spawn mal paar Dudes und du leans, bitte. Und wir können auch... Nee, komm. Ja. Frech. Nee. 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 So, 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 so. Ah, nee, darf ich nicht aufnehmen? Ich müsste dann noch ein zweites, äh, ich könnte das hier machen. Auch gut. Dann machen wir einmal so. Okay. Habe ich den Spin-Down-Dice schon? Shit. Wenn ich den Spin-Down-Dice habe, habe ich, glaube ich, ein... Save den... Ach, nee. Oder? Ich bin mir gerade unsicher. Okay, jetzt wird's auf jeden Fall teuer. Heh, 69, oder? Wie lange sind wir schon dabei? Eine Stunde acht. Ja, moin. Den darf ich nicht aufnehmen, dann stürzt das Spiel ab. Also, so war's früher. Ich bin mir unsicher. Ich weiß nicht, ob ich den Spin-Down-Dice habe. Und alle so, was? Bist du Banane, Alter? Weißt du, wie lange es dauert, hier diese Folge zu gucken? Hm, ja. Okay, eine Chance habe ich noch. Okay. 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 Ich bin mir mein Ding imit. Moin. Zo, zo, zo. Okay, wir haben wir hier wine. Ich bin ja. Bringt gar nichts mehr. Okay. Spiel dieselbe Ebene nochmal. D, 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 d. Okay. gentlemen. Um. Hmm. Okay. Wad 22 years. Mm. Okay. Jetzt muss ich wieder auf die normale, ne? Und ich muss jetzt Fool haben, ne? Ja, okay. Ich bin safe. Mutter lacht nicht so. Das ist peinlich. Mutter, du bist quench. Quench, weil quench sagt. Achso. War hier so ne kleine drin? Ja, hier nehm ich mal mit. Ja, moin. Ja, moin. Alrighty. Nicht die Fool-Karte vergessen. Wie, noch kein Spun? Ja, ich denke. Das war gut. Mutter. Mutter. Okay. Ah, langsam, langsam wird das Sitzfleisch, äh, no? Uns fehlt immer noch ein Guppy-Item, oder? Was auch immer. Neu, ein bisschen was abgesnackt hier. Ich war gerade kurz verwirrt. Ich dachte gerade, ich habe kein Palantarien-Item bekommen. Äh, nö. Ah, nö. Ah, nö. Äh, nö. Doch, ich habe mich nicht. Neh. Ich habe Pillen gefunden, ja, ja. So. Jetzt geht es los, Leute. Geh mir nie auf die Nerven, Alter. Ich liebe den Gag. Nehmen wir das mit, bla bla. Wir gehen aber noch nicht weiter, sondern holen uns noch einen. Ne? So. Jetzt können wir weiter. So. 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 Gut, nächste Ebene. Hab ich da ein Item mitgenommen? Ja, okay. Du, 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 du. Oh. 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 Gut. Dann. Ja, perfekt. Ich bin nicht so stark, wie ich dachte. Also ich habe gedacht, ich bin jetzt krasse übermacht und ich schnitzel alles weg, aber ich schnitzel nicht alles weg. Einfach mal gucken, wie es bei den Kollegen hier wird. Oh. 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 Du 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 du. Filih, passierte an einem io, Maslowseekers. Oh, schade. Ich dachte, ich kann mich nur in einen Joker-Raum mogeln. Ja, was ist denn los? Udi. Hey, 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 hey. So nicht, so nicht, Freunde. So nicht, so nicht, so nicht, so nicht, so nicht. 60 Minuten gleich, okay, 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 okay. Hey. So. Was sind sie eigentlich für so ein Item-Pool? Ich glaube, das mache ich besser nicht. Oh, was passiert eigentlich? So. Das war pure Anarchie. Ausgezeichnet. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich will jetzt ins Bett, denn nach... 86 Minuten ist jetzt auch Schluss gewesen für mich. Dann sage ich erstmal, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt. The Binding of I Deck Repentance. Bis dahin. Habt eine schöne Zeit, gehabt euch wohl und ciao, ciao.